herzlich willkommen zurück bei einer neuen folge mit shadow of the colossus und wir stehen quasi direkt vorm eingang zum nächsten koloss zumindest glaube ich dass dass wir hier richtig sind aber wir können ja einfach mal reingehen und nachgucken okay hier ist mal ein sehr tiefer fall also hätte ich mein pferd hier sowieso nicht mitnehmen können ist ja mal gut zu wissen moment mal ich glaube irgendwie ich muss da oben hin und das klimpern fängt schon wieder an ich weiß doch noch immer nicht was eigentlich bedeuten soll was hat das immer zu bedeuten wenn das gamepad zum klimpern anfängt was ist das okay ich habe irgendwas mitgenommen ich habe keine ahnung was zu wissen glaube ich mal hier kann ich doch ja hier geht es hier kann mich doch hoch okay weiter nach oben geht es nicht mehr na easy kein problem weiter geht es geht natürlich weiter nach unten okay was ist denn das jetzt sehe ich von hier aus schlecht der ausblick hier ist nicht wirklich gut hier werde ich doch wohl ein bisschen mehr sind auch unter geht es auch nach unten was soll denn das sein sieht aus wie eine riesige echse ja da wird sicherlich ein bisschen sauer sein wenn er erfährt dass ich seinen ganzen kleinen kollegen den schwanz abgeschossen habe da ist er glaube ich nicht so happy aber gut ich glaube whatsapp oder sms in dieser welt gibt es hier sowieso nicht also wieder schon nicht so schnell davon erfahren okay was mache ich mit dem okay gut keine ahnung was man das sagen soll ich gehe einfach mal nach unten oh mein gott noch ein stockwerk jetzt sind wir richtig hallo hallo okay das war jetzt nicht dachte gerade ich könnte einfach auf seinen rücken laufen aber also sprengen und klettern oder was auch immer das hat nicht so wirklich funktioniert okay der kann auch schießen alles klar oh okay und wenn ich in dem dampf stehe nehme ich schaden alles klar das hält aber auch ganz schön lange an ey meine fresse oh fuck der ballert nochmal okay ich bin weg was mach ich mit dir scheiße der klettert hoch ja leg mich doch jetzt nicht oh da ist die schwachstelle auf seinem bauch okay das bringt mir mal gar nichts gut wäre auch ein bisschen zu einfach gewesen was mache ich bitte sonst kann ich jetzt nicht ich will gerade versuchen auf seine Beine zu schießen aber ihn treffe ich nicht wohl das bringt einfach gar nichts ich glaube das bringt gar nichts alter treffe ich einfach nichts oder was ist los toll jetzt hat hier wieder alles zugesmoked oh ich rufe nach unten ha es bringt sehr wohl was jetzt habe ich endlich mal getroffen ah ok es liegt am rücken ist das gut wenn ich hier runter springe ich probiere es einfach mal naja ein bisschen damage okay eine schwachstelle okay ich bin wieder weg wo ist hier ein ausgang da ist ein ausgang mäßbare Ayyayayayiei ohooo kamera was tust du denn mit mir ok aber jetzt haben wir eins nicht plan Hier, komm hoch. Ah, fuck. Nein. Au. Fucker, ey. Ah, scheiße. Wie ich ihn einfach nicht treffe. Ich will ihn doch nur mal anlocken. Wow, das war mal gar nichts. So, hey, hier bin ich. Hallo. Er ist wieder oben. Halt nur mal still für ein paar Sekundchen. Funktioniert das so auch? Ja, er fällt. Okay. Zum nächsten Ziel. Nein, er dreht sich. Oh, shit. Oh, Gott. Ich sehe gar nichts mehr. Ja, meine Fresse. Was ist los? Okay, einmal noch. Einmal noch das Spielchen. Wo ist er denn da? Da ist er. Da treffe ich nichts. Ey, hier bin ich. Hallo. Ja, komm, kletter hier hoch. Ja, genau so, mein Freund. Genau so. Ach, ist die Scheiße. Oh, nein, 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 nein. Fuck. Das war jetzt mal doof. Das war jetzt mal richtig doof. Jetzt ist er natürlich wahrscheinlich wieder unten, oder? Naja, natürlich. Natürlich. Habe ich was anderes erwartet? Nein. Ach, ich sehe gerade, da hinten ist auch noch eine Öffnung. Hey, hier bin ich. Ja, der hat mich hingegen gesehen, oder? Ja, der hat mich hingegen gesehen. Oh, fuck, da ist er. Geht mal schnell zur anderen Seite. Ich hoffe, das geht sich zeitlich aus. Wow, überhaupt nicht getroffen. Das hat er getroffen. Und das auch. Er fällt. Er fällt, er fällt. Und ich falle auch. Das muss ich nur schnell sein. Das reicht. Ein Schlag reicht. Und erledigt. Oh, nein, schwarzer Scheiß. Geh weg von mir. Ich versuche es einfach wirklich mal. Okay. Ich hätte jetzt gerade gesagt, ich versuche es wirklich mal wegzulaufen davon. Aber gut. Das ist einfach viel schneller als ich. Das macht, glaube ich, keinen Sinn vom schwarzen Scheiß wegzulaufen. Aber gut. Dann war das der nächste Koloss. War eigentlich... Ging okay. Wenn man mal einen Plan hat, wie es funktioniert, dann ist es easy. Woher played? Oh, no. Oh. 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 das land wo keine bäume wachsen klingt irgendwie für mich jetzt persönlich sehr stark nach wüste gucken wir einfach mal die richtung okay daher hätte ich zwar eigentlich schon zwei schreine feier freigeschaltet man sollte eigentlich so ungefähr in die richtung sein wenn mich jetzt nicht alles täuscht da würde sogar eine brücke rübergehen in die richtung gucken wir mal da würde ich doch einfach mal sagen mal hier sollte doch irgendwo eine brücke sein oder bin ich jetzt ja genau hier irgendwo links ich schätze mal grob hier durch dann wird mich das hier schon auf den richtigen weg führen ja genau hier und der vogel fliegt mit mir mit wunderbar sehe ich da hinten gerade auch noch einen schrein oh da ist eine klippe na gut das ist sowieso ungefähr die richtung die ich gerade ansteuern wollte das passt doch perfekt da hinten steht so ein gebäude und ich glaube echt das ist ein schrein möchte ich halt wahnsinnig gerne aktivieren bevor wir hier irgendwas anderes machen jupf sieht so aus als bei meiner vermutung richtig gewesen wäre hoppala so neuer schrein aktiviert ja sieht doch wunderbar aus da muss ich jetzt naja da kann ich jetzt sowohl links als auch rechts theoretisch den weg finden aber ich glaube einfach mal ich glaube einfach mal dass diese schlucht hier schon der korrekte weg ist da gehe ich jetzt mal stark davon aus ja ist das echt korrekt naja es leuchtet gelb wobei wie wir schon gelernt haben das muss nicht unbedingt bedeuten dass wir auf dem richtigen weg sind oh 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 da ist ein gecko gewesen jetzt ist es weg verdammt da ist noch eins auch wieder weg ja scheiße warum müssen die auch so schnell sein hm okay pferd mal kurz bremsen bitte okay toll das zeigt mir wieder genau in die andere richtung ja wunderbar okay weil da vorne könnte ich links wieder abbiegen vielleicht reicht das ja schon so hier rum was hätten das hier wieder für Bauten nochmal ein blick auf die karte weil das sieht sieht nicht so schlecht aus okay der weg ist korrekt ich wollte jetzt zwar nicht unbedingt gegen die wand reiten aber mein navi sagt mir das ist schon so ungefähr richtig okay ungefähr okay moment hier mal moment hier mal ach jetzt halt doch nicht deinen Arsch in die Kamera mein gott okay okay das könnte 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 ganz gut passen zumindest sind hier keine Bäume und es hieß doch dort wo keine Bäume wachsen da hinten ist ein mega fetter Turm da hinten ist ein mega fetter Turm und es gibt Geysire und ich sehe den feuchten Scheiß ist das ist das doch da hinten der Turm aus dem ich gekommen bin oder moment mal ja könnte sein ich blicke zumindest genau in die richtung ja ich glaube das ist echt der Tempel sieht ganz da aus da ist eine Schlucht meine Fresse ey ist da hinten noch ein Schrein da hinten ist noch ein Schrein da ist ja noch ein Schrein ich meine ich habe jetzt schon so ah fuck ey ich habe jetzt schon so grob die Vermutung dass wir hier ungefähr richtig sind aber trotzdem möchte ich gerne noch Gott dieser Wendekreis ich möchte halt noch gerne den Schrein da hinten aktivieren das wäre mir jetzt schon noch ein großes Anliegen denn von da aus reiten für den Fall der Fälle dass ich wirklich drauf gehen sollte wäre schon ein bisschen einfacher als wie vom anderen mal gucken ist habe ich den den habe ich noch nicht aktiviert so und absteigen ok damit wir auch der Schrein aktiviert jup ich habe echt so die Vermutung es gibt mehr Schreine als wie ich erwartet habe und dass ich doch schon wieder was kreuchen und fleuchen bleibt doch stehen Bonk das ist meins gib her so dankeschön gut dann müsste ja jetzt der nächste Koloss in die Richtung ungefähr sein in das Land ohne Bäume und das sieht ja ungefähr korrekt aus ah da hinten ok dann würde ich auch sagen machen wir uns auf den Weg dorthin aber erst in der nächsten Episode von Shadow of the Colossus bis dahin sage ich Tschüss auf Wiedersehen und man sieht sich